Es wird Zeit die Dimensionen zu reparieren. Ich hoffe, bei Ravid ist alles in Ordnung. Hi, Ratchet. Ich bin Ravid. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da? Nichts. Ich. Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Ja, ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Boats. Ihr zwei und Dr. Nefarius wird schon bald in eurer eigenen Dimension sein. Was? 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 Ich liebe Raketenwerfer! Hast du sicher genug gekauft? Na, das wird einen gehörigen Wumms haben! Gönn dir eine Aufrüstung! Du hast sie verdient! Vielen Dank für deinen Einkauf, Sweetie! Das ist so gut! Egal. Ich bin ein bisschen für den Weg zu machen. Ich bin ein bisschen für euch. Hey, ähm, ich hab Clank. Oh, Kumpel. Mir geht's gut, Ratchet. Wirklich. So langsam gefällt mir mein neuer Look. Fürs Protokoll, ich hab ihn so gefunden. Ach komm, als würdest du Clank wehtun. Schließlich bist du irgendwie ich... Warte, genauso gut könntest du auch ich sein. Ich meine, im Ernst, ich... Du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Oh, sorry. Rivet, das ist... Kit. Ich hab mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, ich mich auch. Nee. Dann beseitigen wir wohl mal dieses Chaos. Hey! Ha! Möchtest du, ähm... Möchtest du, ähm... Liebt mich diese Dimension, oder was? Meine Probleme kommen ganz von selbst zu mir. Wie oft hast du den besiegt? Nicht oft genug. Darf ich mal? Aber gern doch. Was soll denn das? Was soll denn das? Aaaaaah! 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 Bereit, Kit, bereit. Bereit. Noch ein Lombax? Ha! Gut, dass ich in dieser Dimension nicht verliere. Das werden wir ja sehen. Gefehrin,удь nie aus. Oh nein. Eigentlich Geld. Ezekchan. Woeherent. Zuhaar! Was soll das sein? Das fliegt der Magistruf von Rüdern-Piegelkopf, Kip. Kip, ja, einer, der Einzige, die Verätung Elpharius, der Kip, ja, einer. Bereit, Kip, bereit. Noch ein Lombax? Ha! Nun, dass ich die Laserdimension nicht verliere. Das werden wir ja sehen. Ihr haltet euch für traflich. Ich mach euch Feuer und damit an! Wieso sind Lombaxe gerettet? Ach, pass uns weh, wie Unausstieg. Jetzt verliert endlich! Und lasst mich meine Herrschaft genießen! Das sieht nicht gut aus. Ich hab alles im Griff, ist alles gut! Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typ nie gesehen. Denn... Ich bin er! Erb, das kaufen wir dir ab. Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typ nie gesehen. Denn... Ich bin er! Erb, das kaufen wir dir ab. Ich hab ihn nicht über 박. Ich bin erb, das ist ja, wer. Ich bin denkst, was mir lebt. Das war's für heute. Pelz versenkt! Schwieriges Publikum! Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel? Zwei gegen ein ist Kunstig! Also Ken! Der hier? Für mich! Ah, war Grundtour! Sind wir aus... War das so? Japp! Hier komme ich her! Lustige Geschichte! Moment, ich muss mich konzentrieren! Lauter dir etwas? Gut, tu so, als wäre ich keine Besuch! Ich bin es! Euer Imperator! Brillanter und mächtiger denn je! ... ... Danke für mich! Es reicht! Ich werde euch ins Herz einer Supernova schicken! Was? Das ist doch keine Supernova! Wieso sind die Knöpfe nicht beschriftet? Du hast viel durchgemacht für ein kleines bisschen Macht, hm? Ich kann es nicht erwarten, dich und Ratchet für ein Publikum aus meinen jubelnden Fans zu verlichten! Ich schluss mit dieser Dreikeit! 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 wow was für ein kampf ist der spaß schon vorbei kommt schon applaus für rivet und ihren ersten sieg ich wünschte ich hätte früher hier sein können aber ich kann mit freude verkünden dass ich alle meine gegner neutralisiert habe ausgenommen captain quantum und egal als ich hörte dass der rebellen lombax gegen mich kämpft da musste ich zu sehen wie jeder deine niederlage feiert wer feiert denn hier meinst du die ich helfe dir sie auszulösen mein seltsamer fan möchte mir helfen wie verlockend gestalten wir es interessanter ein halb spiel vielleicht er will nach sargasso ich muss vor ihm da sein wir kommen mit ihr wir müssen quantum finden er ist der letzte rebell auf der liste reist nach adonis und sucht pierre er bringt euch zu ihm moment wenn wir gegen den imperator antreten sollten wir möglichst viele ressourcen sammeln du hast recht vielleicht sollten wir vor dem aufbrechen in die arena als sich der staub nach dem vernünftungsstab auf dem planeten kräg blickete entdeckte klein zurück von die resten unseres tahl abhören in der straks auf dem strotthaufen auf dem fisch der nieder wiedergeboren haaa seht ihr ab für seine süßen coo ha Ah, oh! Maldmander! Weht euch die neue, zerbesserte, wundersamen, zerstörerischen Krise an! Es war's! Du! 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 Niemals! Geh unter die Schmerzen! Niemals! Hm! Das ist unser Mangel! Hunger? Hier kommt's! Mehr Energie! 3 5 6 3 4 4 6 6 7 Habt Spaß, jetzt wenn er nicht will. Ein ganzer Mann, da kann nichts beschädigen. Das ist die Super-Hungaranzierung. Moment, wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht, vielleicht sollten wir vor dem Aufbrechen in die Arena. Als sich der Staub nach dem Vernichtungsjagd auf dem Planeten Crank lichtete, entdeckte Klein-Zurcon die Reste unseres Stars auf einem Strathofen. Auf mich, der Mängler, wiedergeboren. Und seine Füße Booster! Das war's für heute. Energiebegrenzer überbrücken. Jetzt kann ich nichts mehr aufwenden. Ich will es dir zeigen. Ich will es dir zeigen. Ich will es dir zeigen. Das ist die Zukunft. Halt! Das war's! Das war's! Ich hab keine Ahnung! Das war's! Moment. Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht. Vielleicht sollten wir vor dem Aufbrechen in die Arena. Als sich der Stau nach dem Vernichtungsstau auf dem Planeten Crack fliegtete, entdeckte Kleinturkonen die Reste unseres Staufer von dem Strathaufen. Aufblick, der Mängler, wiedergeboren. Ja! Hältst die Kraft des Mangelers und seine Wesenbooster! Mein Mängler! Seht euch die neue, verbesserte, wundersamen, zerstörerischen Kraft an! Ah! Oh, hat so von Junior das gerät? Hat unser Mangel Hunger? Hier kommt mehr Energie! Wunderschöne Ich bin der Pilz versinkt! Ich bin der Pilz versinkt! Jason! Schlimmen! Elkel hat eine Dinger! Mach jetzt auf! Solange du kannst! Moment! Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht. Vielleicht sollten... Als sich der Staub nach dem Vernächtungsstab auf dem Planeten-Crack flichtete, entdeckte Klein-Zokon die Reste unseres Stars auf einem Strathaufen! Auf Blick... ...der Mangler! Wiedergeboren! Das ist die Kraft des Manglers und seine bösen Booster! Schaden nehme ich an! Mein Mangler! Seht euch die neue, verwässerte, wundersame, zerstörerische Kraft an! Die Lernpoth! Ja! Ich bin fast geklapp. Am A-barer! Ich bin fast im Verd Arenal-Sag ist dabei. Die Lernpoth! Die Lernpoth! Oh, was hat unser Manga? Hier kommt mehr Energie! Ich wollte mich sehr viel am Starten. Mein giganter Manga kann nichts beschädigen. Das ist die Zukunft Garantie! Energiebegrenze überbrechen! Jetzt kann ich dich hier aufhalten! Wir haben ihn vorkommen! Ach, dann flankiert! Wir haben einen Mordbestreund! Ah! Dafür wirst du das! Das hat mir nicht gefallen. Ich bin kein Kettel! Ich bin kein Kettel! Es ist das Schildkirchen! Nein! Männer, Herren, Gleisten, Schlemmen! Nanotech würde die Wunden heilen. Pilschappen, Pilschappen! Moment, wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Als sich der Staub nach dem Vernichtungsstab auf dem Planeten-Crack legtete, entdeckte Klein-Zurcon die Reste unseres Stars auf einem Schrotthaufen. Aufblick, der Mangler, wiedergeboren! Ist die Kraft des Manglers und seine Wiesen-Booster! Mein Mangler! Seht euch die neue, verbesserte, wundersame, zerstörerische Kräfte an! Der Mangler schaden nehmen? Niemals! Achtung! 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 Ein brillanter Mann, da kann nichts beschädigt. Zitzen, oder Verboten? Das ist die Zufang, der Ratschmied. Der Wetter hat zu, Lombarder! Oh, Gute! Das ist die Ratschmiede! Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020